Mein Luftschiff und ich Wir sind da im Tal des immer fliessenden River Toss. Wir haben das Jahr 1887. Ich bin zu weit, aber mein dampfbetriebene Luftschiff, das braucht eine Reparatur. Der heftige Sturm letzte Nacht hat uns in Schwierigkeiten gebracht. Gut, es gibt hier eine grosse Halle, in der ich mein Fluggerät wieder bereit machen kann. Nach einem anstrengenden Tag in dieser improvisierten Werkstatt gehen meine Gedanken aber ganz anders hin. Geliebte Lady Davinia Darlington, Du wartest auf mich vergebens, ich flog zu dir vergebens. Nun sitze ich hier auf halbem Wege, gebeutelt vom Sturm, mein Schiff braucht jetzt Pflege. Damit alsbald wir uns wiedersehen, nimm die Dampfkutsche, bleib nicht stehen. In Volketswil, dort wollen wir uns treffen und alle Strapazen sofort vergessen. Entführen werde ich dich auf meine Weise. Sonderbare Maschinen führen uns auf Zeitreisen. An Bord meines Dampfschiffs bist du mein Passagier. Der Sonne entgegen, gemeinsam mit dir. Zur blauen Stunde dann wollen wir jubeln beim Varieté Pavé. Der Zirkus, die kleine Schaubude. Ich übergebe diese Zeilen nun einer angemiedeten und frankierten Kuriertaube, in der Hoffnung, dass sie dich, liebste Davinia, in einer nützlicher Frist erreichen werde. Herzlichst, dein Raphaelius Alva Grossa. Am 20. und 21. August hat der Alltag ein Ende. Beim Fantasy Festival Volketswil treffen verrückte Tüftler auf fantasievolle Welten aus dem Mittelalter, der viktorianischen Ära, der Postapokalypse und auch viele weitere Themen. Auch der legendäre Wanderzirkus, Varieté Pavé, stellt seine Bühne auf. Woher wollen Sie? Kommen Sie mit an Bord. Abfahrt Volketswil Griespark. Mehr unter fantasyfestival.ch Auch die Zeit braucht irgendwann eine Schnaufpause.